Halt's Maul! Der Mümmelmann, www.mimmelqf.de, ich blende euch jetzt hier die IP ein, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und hier zocken wir auch gerade mit den Jungs hier, die dürfen sich gerne mal melden. Ihr könnt euch gerne in Form von Sprache melden und nicht in Form von Kill. Naja, auf jeden Fall hat Mümmelmann den hier selber erstellt und ist auf den ersten Blick ein klassischer Sky PvP-Server, aber ich finde ihn sogar teilweise besser. Die Map ist von ihm komplett selber gebaut und es kommen auch täglich hier neue Features dazu. Ich glaube das neueste Feature ist Slash-Kit, oder? Und Slash-Premium-Kit. Genau, aber die Premium-Kids und so sind nicht so overpowered, weil Mr. Mümmelmann das Pay-to-Win nicht unterstützt. Und deswegen... Ich spring jetzt erstmal in Tod. Und deswegen die Zahlung zu Premium hauptsächlich nur... Ähm... Oh, da ist ein ganz großes Update in Arbeit. Ich weiß schon was kommt da, aber ich halte es geheim hier. Ähm... Jetzt hat er mich ja aus dem Konzept gebracht. Genau, und wenn man hier spendet, ist das hauptsächlich... Moin David, du bist hier mitten in die Aufnahme geplatzt. So, da war gerade ein kleiner Cut, wo der wohl herkam, das weiß ich nicht. Wo ich stehen geblieben bin, wenn ihr hier einen Rang kauft, ist das nicht um hier die Besten auf dem Server zu sein, sondern um den Server finanziell zu unterstützen. Und... Es gibt auch ein paar Vorteile, zum Beispiel Slash-Chest. Da hat man so eine Doppelkiste, ist das glaube ich. Und wie ihr seht, ich war hier schon fleißig am Farm und ich habe auch schon den Hero-Helm gewonnen. Aber erkläre ich euch noch alles. So, was haben Premiums noch für Vorteile? Slash Premium-Kit. So, das ist das Premium-Kit. Und noch weitere kleine Vorteile, aber das waren jetzt so die Besten. Und natürlich, die Premiums sind orange gekennzeichnet im Chat. Ja, ja. Ja, und... Ihr könnt natürlich auch gerne voten mit Slash-Vote. Kriegt ihr hier einen Vote-Link und dann geht es hier voll ab. Ich pack euch den Vote-Link in die Beschreibung, falls ihr schon mal so voten wollt. Und wenn ihr votet, ihr müsst dazu gleichzeitig auf dem Server sein, kriegt ihr einen... Einen Vote-Schlüssel, den ich gerade nicht zur Hand habe, weil ich das Video so gut organisiert habe. Und dann öffnet ihr hier eine Holztruhe und diese Items könnt ihr da rauskriegen. Das OP-ste Item ist meiner Meinung nach der Schatztruhen-Schlüssel. Wenn ihr den kriegt, dann könnt ihr nämlich zu dieser Truhe hier... Und das ist auch wieder so ein Glücksrad-Prinzip. Und da könnt ihr diese Sachen gewinnen. Und ein Schatztruhen-Ding hatte ich schon mal. Da habe ich den Hero-Helm gekriegt. War schon echt OP. Und ja. Sonst, wie gesagt, der Server wird hier ständig weiter verarbeitet, sag ich mal. Und es gibt auch drei Supporter. Also es sollte eigentlich fast immer, wenn ihr da seid, jemand drauf sein, der euch helfen kann. Und nun kommen wir noch zu dem, worauf ich mich schon ganz gefreut habe hier. Weil ich verlose hier auch einen Premium-Rang. Der kostet übrigens zur Zeit 10 Euro. Ach genau. Und ich habe gerade... Ich zeige das gleich. Ich habe gerade... Ah, der kostet zur Zeit 10 Euro. Und den werde ich verlosen. Und zwar... Müsst ihr nur euren Minecraft-Namen in den Chat schreiben. Und dann schaue ich mir das mal an. Also und von denen lose ich das dann aus. Und dann müsst ihr auf den Server kommen und so. Und dann kümmere ich mich darum. Also ich schreibe euch da an und so. Und ja. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie es mit dem Vote-Key geht. Ihr klickt da rauf. Dann passiert diese Explosion an Items hier. Ich bin mal gespannt, was ich kriege. Komm, gib mir einen Schatz, Funky. Das wäre für das Video perfekt. Erfahrungsflashing. Auch ganz nice, weil man hier auch verzaubern kann. Und... Hier könnt ihr auf dem Server werdet ihr mich dann auch antreffen können. Und hier verlose ich vielleicht zwischendurch auch nochmal gut verzauberte Items. Und ja. Ich würde sagen, wir füllen jetzt noch hier mal einen kleinen PvP-Kampf. Ich komme mal. Wenn ich erst starten würde. David. Das geht hier voll durch. Aber das war es erstmal zu dem Server. Wie gesagt, ich blende euch nochmal die IP ein. Und da könnt ihr unbedingt mal vorbeischauen. Der Server ist auf H1.8. Und auch, wie ihr seht, hier sind nur Leute mit Skins. Das heißt Premium-Server. Also, weil wir hier keine Quackets wollen. Weil, ja, Quackets sind allgemein scheiße. Das unterstützt auch der... Moin. Fie? Der... Moin. Alles klar. So, wer will hier sterben? Ja, okay. Ich. Gegen Killer-Drohne-Fahrer. Warte, soll ich dir ein paar Sachen geben? Weil ich habe viel besseres Equipment als du. Ja, okay, ja, ich habe auch vielleicht noch ein besseres, aber ich weiß es nicht. Warte, Diahelm. Das. Das kann gut sein. Oh, oh, oh. Eisenschwert habe ich aber auch hier. Ja, aber keine Diahelm. Ja, aber ich werde eh verlieren. Naja, egal. So, 3, 2, 1. Go. Inhaber Peter Lustig. Wer sagt denn das überhaupt? Weil ich bin echt schlechter im PvP geworden. Ich wollte gerade sagen. Also, damals hast du mich weggekommen, wo das wäre ich ein Strich in einer Landschaft. Aber das hat sich wohl geändert. Ja. Ja, ich bin auch der King, das muss man dazu sagen. PS, ich bin einfach schlechter geworden. Ja, hier kannst du auch das und stuff wieder haben, weil ich habe selber davon meine ganze Chest voll. Ich habe davon meine ganze Chest voll. Ja, ich auch. Jo. Ja, okay. Da bist du ganz klar. Ich bin noch ins Feuer getreten. Ich dumm batzt. Und die Herzenskonzeige ist wieder voll am Start. Ja, deswegen habe ich auch Labymod drin. Und zwar den Damage Indicator und neuerdings Optifine. Finde ich ein richtig geiler Mod. Ja, so und also ich kann euch das nur ans Herz legen, hier auf diesem Server vorbeizuschauen. Es gibt noch viele Inseln für euch zu entdecken, weil es wäre ja lame, wenn ich euch jetzt alles zeige. Dann kommt ihr auf den Server und wisst gleich, ach hier gibt es gleich Full-Di-Equip und so weiter. Das wäre ja scheiße. Mr. Mümmelmann, komm, stopp, 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 hör auf. Komm, wir machen jetzt einen Goldachsfeig. Warte, ich muss noch eben regenerieren. Killerdrohne, wenn du mich schlägst. Ich gucke nur zu. Dank. Ach, ich wurde schon geheilt. Das ist ein Profi hier. Und das ist übrigens auch der nette Owner hier. Und ich würde sagen, drei, zwei, eins, go. Armonak. Scheiße, ich bin jetzt freigetreten. Geh, geh, sag ich nur. Ich darf jetzt aber abstauben, ne? Also ja. Das ist der Server. Oh, ne, der kann nicht wohl von selber werden, ne? Ja. Alter, schlumpfig 2000 hat eine voll dir, eine verzauberte Eisenrüstung hier. Da kriegt man ja schon Angst. Ja, ich bin halt scheiße im PvP, das weiß ich. Aber wie gesagt, ich würde sagen, an dieser Stelle ist ja auch Feierabend. Ich werde hier auf jeden Fall noch weitere Videos drauf drehen. Und wie gesagt, schaut auf den Server vorbei und schreibt eurem Minecraft Premium Namen in die Kommentare. Und ich werde dann aus den Namen einen Premium Rang erlosen. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein und ciao. Ich wollte nur nochmal sagen, dass ihr bis Freitag, den 17.03.2017 um 20 Uhr Zeit habt.